Na, hallo, liebe Freunde vom Roadtrip-Interview. Schön, dass Sie eingeschalten habt. Ja, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Da war ganz schön was los gewesen. Auch nicht so tolle Sachen, wenn man über den Tellerrand hinausblickt. Aber es waren doch viele Leute im Auto. Da war heiter bis wolkig. Ein paar verrückte Typen aus Köln. Dann war doch der Wolf im Auto. Gibt's doch gar nicht. Ja, und Alex, wenn? Und die dranken Swallows waren auch im Auto. Also, dann Ecki Stieg und Thomas Tulpe. Ja, und dann war ich ja noch in Köln bei Charlie Klauser, ihrer Filmpremiere. Ja, und in Ordnung. Zur Punk-Tisch-Tennis-Meisterschaft. Da habe ich viele Freunde getroffen. Den Zwackelmann und Henning Wählern und den Ole und viele mehr. Ja, liebe Freunde, ich wünsche euch einen guten Rutsch. Feiert bitte nicht so doll. Trinkt keinen Alkohol und knallt nicht so viel. Es sei denn, es ist eure Frau. Nein, Spaß beiseite. Ich werde mir gepflegt einen in die Birne schippen und den nächsten Tag ausschlafen. Ja, das werde ich tun. Also, liebe Freunde, ich wünsche euch ein schönes 2024. Wir sehen uns. Macht's gut. Ich muss schon mal vorblühen. Du bist da, ich bin da, alles wunderbar. Sie ist da, er ist da, alles wunderbar. Alles wunderbar. All unseren Frust geben wir an der Garderobe ab. Nehmen uns einen zur Brust, uns war nichts zu knapp. Du bist da, ich bin da, alles wunderbar. Sie sind da, ihr seid da, alles wunderbar. Alles wunderbar. Bier und Musik sind immer noch eine echte Bank. Doch um euch, nur halt so schön, deshalb vielen Dank.